Kunststoffe sind ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Ich glaube, jeder denkt bei Kunststoff erstmal an irgendeine Plastiktüte oder so, aber im Endeffekt ist Kunststoff ja eigentlich überall. Es ist ein Material, das sich durch sehr wenig Energie in die gewünschte Form bringen lässt. Und auch im Zuge der ganzen Klimakrise ist es wichtig, dass man für Werkstoffe möglichst wenig Energie verbraucht. Wenn man was bewegen möchte, dann ist man hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Wir versuchen Lösungen zu finden und finden sie auch, wie wir in Zukunft Kunststoffe im Kreislauf führen können. Wenn man wirklich daran was ändern will, an dem Nachhaltig und Recycling, dann glaube ich, muss man sich genau mit dem Werkstoff beschäftigen. Und das kann man halt nur, wenn man Kunststofftechnik studiert. Ich habe gemerkt, welche unglaublichen Möglichkeiten letztendlich durch Kunststoffe auch gegeben sind. Natürlich sollte man einen gewissen Hang zu Naturwissenschaften haben. Hier im Labor gibt es zahlreiche Maschinen, mit denen wir dann auch in der Praxis untersuchen können, was mit den Werkstoffen alles möglich ist. Die Absolventen, die bei uns abgegangen haben, haben in der Regel mehrere Angebote, aus denen sie auswählen können. So genau, wo ich hin will, weiß ich noch nicht, aber ich finde Produktentwicklung auch recht interessant, weil man da auch einfach ein bisschen kreativ sein kann. Aber generell haben so große Maschinen schon auch was. Wenn ihr Teil der Lösung werden wollt, dann studiert Polymertechnik. Es ist ein sehr spannendes Zukunftsfeld, das sich nur weiterentwickeln wird. Das ist ein sehr spannendes Zukunftsfeld, das ist ein sehr spannendes Zukunftsfeld.